Am Freitag war sie Siegerin des ersten schweren Springens hier, allerdings mit 4U. Hier und heute hat sie zunächst Cedric gesattelt, ein 8-jähriger Württemberger Wallach. Hier ist sie 234, hier ist Jennifer Seidlitz für den Verein Illertis. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was für ein Pechabwurf am letzten Hindernis, 4 Punkte, die Zeit 73,48 Sekunden, also so gerade innerhalb der lockten Zeit geblieben. Aber sie haben noch mehr ihre Chancen, denn Gunter Döhler hat gleich zwei Pferde und Jennifer Seidlitz drei Pferde in dieser Prüfung. 655, mit diesen beiden machen wir weiter. Hier ist J.P. Scalvaro, ein 9-jähriger Holsteiner Wallach.